Die Strafen könnten natürlich dann auch noch zum Thema werden. Bisher noch keine Strafe gegen die Lions, aber das könnte sich jetzt ändern. Das hat heftig ausgesehen. Nolan Thiem hat da seinen Helm verloren. Noro war da involviert. Ja, für mich ein super Check von Noro. Nichts anderes. Schauen Sie mal, wie der da auf den Mann geht. Natürlich wird Nolan Thiem da hart am Kopf getroffen. So sieht das zumindest aus dieser Perspektive aus. Was für ein Scheibenverlust. Aufgepasst. Und dann knallt so richtig Sebastian Schild mit dem Monster-Check. Klasse auch, wie Krüger diesen Check annimmt und dann gleich weiterspielt.